Dieser Honda Civic ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem roten Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 1000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Tempomat, Start-Stop-Automatik, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 120 PS an das Schaltgetriebe ab. Für eine Besichtigung oder Probefahrt steht der Honda jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.